Jetzt ins Zimmer und jetzt tue ich mal so, als wäre ich noch nicht drin gewesen, aber ich war natürlich schon drin. Tadam, pass auf, Koffer und da ist das Badezimmer und jetzt schau dir mal den krassen, krassen, krassen Blick an. Oh, ist das geil, ey. Die haben auf jeden Fall erfolgreich einen Upsell mir verkauft. Also ich habe dazu gebucht, weil ich einen geilen Blick haben wollte. Moment. Hallo meine Freunde, euer Kuck, hier ist jetzt ein absolutes Notfallvideo. Ich bin hier im Bouncing mit meinen Kids, aber Bitcoin hat gerade was gemacht, was Bitcoin noch nie gemacht hat. Und zwar ist es unter das All-Time-High vom letzten Bullrun gegangen, also unter 19.000 irgendwas. Ich habe vorhin bei CoinGecko einmal 18.800 gesehen. Das war echt krass, habe ich sofort einen Screenshot gemacht. Wenn dir das gefällt, dass ich ein Notfallvideo mache, was denn da überhaupt los ist, womit wir jetzt rechnen können, wo der Preis wahrscheinlich hingehen wird, dann like auf jeden Fall das Video und teile das Video. Es ist wirklich krass. Also, was ist denn alles passiert? Erstmal ist ja das passiert, was ihr ja alles wisst, dass der... Guten Morgen meine Freunde, euer Coach, hier ist Cecil. Oh, was ist hier für Angebote in Dubai gibt für Kinder. Das ist wirklich unfassbar. Guckt euch das mal an, wenn wir das gehabt hätten als Kinder damals. Das ist echt brutal. Mit Rutschen, mit Slides, mit... Hast nicht gesehen. Echt cool. Also, ich bin gespannt auf einige Fragen von euch und ich melde mich dann später.